alte wieder so auf geht's eichhörnchen eichhörnchen sind in der hose drin was jetzt brauchst du den fahrstuhl zu schöne scheiße jetzt kann man da nicht mehr hoch hofft du bist ein süßes zeichhörnchen ich weiß ich kann mit meinem schwanz seilspringen das kann man unter umständen etwas anders verstehen ja jetzt bitte nicht wieder auf kinder vorliegen doch das haben wir schon seit wir hatten wir waren kinderfreundlich wann wann modi wann waren wir kinderfreundlich ich habe ich mache mit euch also ach die scheiß bienen schon mehr er möchte ja nein 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 lieber den dorn verrecken als an den ihnen und der modi gewinnt wieder immer ich dachte das wäre eine regel jetzt wird einfach für den rest des parts geschrieben jetzt wird einfach geschwiegen bis zum ende was ist ich bin gerade eingeschlafen gut die scheiß bienen ich schon wieder ich komme zu dir hast du davon uns der prof gewinnt da kommt gleich der golfschläger der buchschläger sorry putziges zeichhörnchen einschaltchen ja nice keine boote keine boote für prof ich bin noch erster ich bin immer noch letzter machen wir ein bisschen eins machen wir hier die bienen weg scheiß bienen ja komm so wo jetzt die bienen weg sind ja ich habe es geschafft ich habe es geschafft vor allem und der prof liegt noch ja das habe ich verdammt aber ist das nicht böse na komm gemeinsam prof gemeinsam wow verdammt hofftest du noch da bist nur am schweigen ich bin konzentriert ach konzentration konzentration wird überbewertet ich versuche es nochmal halte b um aufzugeben äh nein und dasselbe nochmal und die nächste runde geht rückwärts die nächste runde geht rückwärts juhu er hat es geschafft nice ein Ziel die erste Puste gute für mich und ich bin erster jetzt lasse ich mir auch wieder ins mikrofon und ich bin erster nice die Münze die Münze kommt hier hin ne die kommt in den Fahrstuhl wer als erster da ist sehr nice entlastend wo ist die Münze hin die Münze ist oben da wo du sie platziert hast ich habe sie im Fahrstuhl platziert verdammt wo hast du dich im Fahrstuhl denn sie hat sie oben platziert richtig nein ich bin mitkommen Dreck theoretisch fallen Punkte na das wird es der Prof schaffen ich werde es hinkriegen ich vermute nein ich vermute schon ich wette dagegen er schafft es scheiße tja Molly gewinnt also ich werde es kein Gewinner keine Punkte äh nein machen wir was Böses ich kann es nicht am Fahrstuhl platzieren Prof, was machst du? Party ja das ist der Modus warum kann ich das nicht am Fahrstuhl platzieren? Prof rastet aus ausgeschwindigkeit am Maximum 10.000 DPI Bitches was na komm Prof warum hast du nicht den Fahrstuhl gespeichert? der Fahrstuhl ist übrigens tödlich ja der hat so eine Bombe ich weiß warum ich vorhin einen eigenen gebaut habe ich geh wieder sein ich geh mal den Fahrstuhl ich geh mal den Fahrstuhl runter viel Spaß sagt er in dem Fahrstuhl gespeichert sagt er Kinder dass man den nutzen soll du also ich glaube ich benutze den öh ja und wie komme ich jetzt hier hoch? musst du nochmal drauf drücken verdammt hey Modi hey viel Spaß beim benutzen des Fahrstuhls immer gerne ich hab sehr viel Spaß sieht man doch ja Spaß und ich erst du stinkst schon wieder deinen Schwanz jo oh ja Baby die ganze Nacht halt Begum aufzugeben niemals lol na komm siehste so einfach fährt man damit sehr gut jetzt musst du noch hier hochkommen man musst nur tot sein ja sehr gut ich hab irgendeine Aronischaft freigeschaltet wie schießt dein Hähnchen? ja flambiert Bombe flammt ähm das hier die Münze kommt jetzt hier hin macht das nicht er macht es gut die Münze kommt dann wohl hier hin da kann es jeder kriegen weil es dadurch auch ganz ganz zielbringt ja Fahrstuhl so zu zweit ist sie gut warum der ist schwergewegt na komm na komm das geh ich hin ja was ihr habt das Brett oben gesprengt verdammt wirklich ich krieg sogar Punkte dafür so ne dreckige Aktion der Popp der lebt noch der hüpft noch der hat Spaß der hat Spaß da unten mit seinem Schwanz mit dem muss man immer Spaß haben oh 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 low Maguetti creme fraiche etwas ich hatte französisch in der Schule ganz einfach da stellt sich dann immer noch richtig das beantwortet nicht die frage warum du so gut französisch kannst ich kann die französische aussprache französisch bin ich absolut miserabel so bringen wir wieder ein bisschen spaß nicht der blumentopf was er überlebt der blumentopf der wird spaßig ich unten und oben schade ach teig und molly schafft es auch noch ich weiß nicht was ich gemacht habe ich habe der schafft es auch noch und prof schändigt meine leiche leichen schändigung es hat funktioniert ich habe wasser machen wir es noch schwieriger wer auch immer den fahrstuhl benutzt er wird verbrannt zum glück gibt es noch einen alternativ fahrstuhl ja ff die alternative für fahrstuhl was zum hanker der modi der gewinnt die ganze scheiße noch na komm prof du wolltest Streetrunner werden na komm prof das war ein Pickse na komm prof ich lege es jetzt drauf an jetzt gewinnt der modi das versuch was wert jetzt gewinnt der modi ich glaube wir gewonnen haben oder ja ja du hast hoch ich bin immerhin dritter ich bin dritter jute nur ausgleiche noch mal werden noch als fahrgesteck das heißt da dürfte es wahrscheinlich noch was zu holen geben oder in der villa noch mal was hier drin ich kann meine farbe ändern wie bei mir ist das menü da nicht offen bei mir auch nicht ich bin rot ja schön also hausdächer oder villa hausdächer hausdächer also na komm und prof schaltet noch um ja prof schaltet die da privat um keine ahnung so du wolltest item so ich bin rot passt zu meinem nametag der prof ist noch am leben was hast du gerade B gedrückt ja das hat noch nie jemand getan das geht weg von den Wien ganz kür prof die scheiße die scheiße hier ist etwas zum drauf springen nein ja komm doch gut er blockiert hier hat man was zum drüber springen ich finde den roten Vogel sehr schön scheiße das ist zwar kein Huhn mehr aber scheiße wieso sind wir so schlecht weil wir das gerade zum ersten Mal spielen das ist unsere siebte Runde oder so mir kommt es vor wie die 15te hol das Ding hat das Ding nicht geholt das ist echt das große Scheiße heute wir müssen das Ding holen na auf Musik zu machen ha 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 steeldrums scheiß Bienen 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 ich bin glaube ich allergisch gegen Bienen das könnte sein ich bin nur allergisch gegen B-Movie komm schon nice hat es freigestellt Villa juhu die alte Villa Dibbler für dich ich möchte anmerken ich habe noch gar nichts ja komm ich hab das Eichhörnchen ja du hast das Eichhörnchen ich auch Eichhörnchen sind in der Hose drin wieso in der Hose wo denn sonst guck mal ein bisschen Fernsehen Junge ja oh Tops Schwanimo 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 Nice ich hab's geschafft Punkte für mich ich glaube ich habe ein Problem das glaube ich auch Halt du doch mal B gedrückt das klingt nach einer Idee kann ich tanzen ne Punkte für mich einfach die Schlengesammel rum vergleichen Nice sehr gut das fühlt sich an wie eine Runde zu null Quatsch noch mit uns retten ähm ja hier mal so und war voll hier ja vielen Dank keine Sorge ich blockiere es sehr gut corporations als ob das was helfen würde als ob das was helfen würde so springen wir mal vor Nein 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 verdammt da bin ich gerade eben so locker rüber gehüpft tschüss tja es kann es auch gehen kein gewinner keine punkte das ziel freie die leiter bewegt sich die treppe und modi hat gewonnen hat er noch lange nicht gleichstand ist an der druck ach schon hier schwarze noch schwarze löcher hier nein nichts da und Ich habe so eine magische Anziehungskraft an Bienen. Die Münze kommt jetzt genau dahin, wo die Bienen waren. Jetzt kommt auch keiner an die... Ich lasse mich gießen. Verdammt. Und du wirst da jetzt durchkommen. Wow, du hast die Münze geholt. Du hast die Münze geholt. Bringt dir aber nix. So Bomber. Keine Bomber. Schade. Oh doch, hier. Können wir uns mal die Zeitlupe und zwar genauer. Ähm. Du hast alle nichts gesprengt. Ich habe gar nichts gesprengt. Warum? Ich wiederhole, ich habe die Gaming Skills dieses Mannes unterschätzt. Zeitlupe. Das war der Tod wert. Das war der Tod wert. Da komme ich nicht durch, oder? Nein. Verdammt. Eis wird wahrscheinlich durchkommen. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was mich so sehr interessiert, wie das Skript, das die Synchronsprecher da bekommen haben. Ja. Ich bin nicht sicher, ob das Synchronsprecher war oder nicht. Doch einfach die Verwaltung. Oh, das Synchronsprecher verzeichnet. Tja. Das muss Spaß gemacht haben. Das muss Spaß gemacht haben. Der Buchhaltung, oder? Das ist so. Die haben wir 8000 Mal ausprobieren wollten. Wuhu. Ja, das muss Spaß gemacht haben. Das entsprechen. Das glaube ich auch. Kein Gewinner. Keine Punkte. Noch drei Runden. Dann kriegen wir das hin. Äh, ja, wie wäre es hiermit? Nein. Ich habe schon wieder nichts gesprengt. Du hast doch jetzt nichts gesprengt. Wie? Wie? Wie schafft dieser Mann das? Lass die Münze da. Nein. Doch. Nö. Ekelhaft das. Ekelhaft. Der Mann nimmt uns einfach das Geld weg. Scheiß auf Kapitel. Unsere Kinder. Der Prof frisst unsere Kinder und nimmt unsere Arbeitsplätze weg. Der verdammte Prof. noch zwei Runden. Gut. Jetzt wird gesprengt. Ich schaff's jetzt mal wieder damit nichts zu sprengen. Passt auf. Passt auf. Ja gut. Ein bisschen was habe ich gesprengt. Ja gut. Ein bisschen was habe ich gesprengt. Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Tja. Wie zum Fick hat mich die Pinschnurre. Wie zum Fick hat mich die Pinschnurre. Wie zum Fick hat mich die Pinschnurre. Wie zum Fick hat mich die Pinschnurre gedrückt. Tetris. Die Betonsöcke. Mach's breit. Moment. Ich bin schon breit. Ja. Nein. Das macht mehr. Los jetzt komme ich ins Ziel. Ab ins Ziel mit mir. Da schaffst du nicht mehr. Spring. Junimo. Schlürf. So wer hat jetzt gewonnen? Wer hat jetzt gewonnen? Alter wir beide machen jetzt unentschieden. Sun Death. Oh. Wir werden das Ziel als erstes erreicht. Wir machen jetzt zu zweit. Nein. Oh Moment. Das könnte noch was werden. Weil wir in der letzten Zeit auch so viele das Ziel erreicht haben. Ah ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich auch. Sterben. Ja das ist ein schlechter Plan. Ich habe einen tatsächlichen Plan. Ich werde einfach drüber springen. Das ist ein guter Plan. Das ist ein besserer Plan. Auf dem Weg zum Meister und Nerd. Ich habe zwei Errungenschaften gleichzeitig freigeschaltet. Ich habe nur eine bekommen. Ich habe Animal Cruelty als Errungenschaft bekommen. So eine Runde noch. Ab zu dir. Bis zumbitieren. Paulus. Ich habe einset.